Punkt, den ich so hatte, glaube. So, fünf. Fünf reichen erstmal. 20 Fackeln wieder. Ja, 20 Fackeln sind okay. Schrutz und Schrutz. Genau. Maskulinität in der Stimme. Bizeps-Umfang. Gangster-Rapper, Sido. Haben wir also alle durch, ne? So. Ah, da sind sie. Das ist doch... Mein Gott. Die armen Zombies hier vom Cave innen gefangen. Ist auch scheiße. Ich hab da einfach ein bisschen stehen. Genau. Das ist gut für euch. Ist gut für den Ter. So. Oh, das war's auch schon wieder. Nur ne dämliche kleine Höhle zum... Ach, hier gibt's noch Eisen. Eisen ist gut. Eisen nehmen wir mit. Auch zu die Frage, wie man... Weiß ich schon wieder nicht, wie lange ich aufnehme. Bestimmt schon eine Stunde. 13, 40. Noch schon länger, ne? Schon über eine Stunde sein. Mal sehen, wie viele Folgen hier draus werden. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal zurück. Und jetzt die spannende Frage, gehe ich ausrum und innenrum zurück? Und ich brauche demnächst mal Diamanten und ich brauche, ähm, Dings hier. Dingenskirchens. Wie heißt das denn? Obsidianen und so. Also den ganzen Blödsinn, den man ganz unten kriegt. Den brauche ich. Vielleicht soll ich hier einfach wirklich nach unten graben und gut ist. Dass wir die Höhle soweit erkundet haben und so. Glaube ich nicht, dass das verkehrt ist da. Ja, lauf mir einfach hinterher. Egal. So, hier. Genau. Ach, ist das einfach... Ist das einfach ein Rundweg, ne? Ne. Gut, also auf jeden Fall hier komme ich hier. Das ist gut. Hier haben wir uns ja was gebaut. Und wir kamen hier eigentlich von hier. Müssen wir hier nach oben, glaube ich. Ne. Ah, verdammt. Der rennt. Was? Bum, 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 bum. Ganz misch mal. Blödes Skelett. Ganz misch mal gerne haben. Oh. Hier ist schon wieder ein Enderman unterwegs. So. Ach, hier. Was ist denn hier? Hier ist ja noch total, also... Unausgeleuchtet und... Zeug. Hier hört man schon Laber. Gut. Holen wir also hier auch noch die Kohle raus. Weil so die Kohle ungenutzt irgendwie rumliegen. Ich bin schon wieder dabei, sesshaft zu werden, ne? Weil die Höhle ist ja so schön. Bietet ja alles, was man braucht. Alle Ressourcen. Ba, ba, ba. Setzt mir mal... Genau, machen wir es mal so. So, ich beende ja gleich die Aufnahme. Also, gleich, gleich. Demnächst. Demnächst gleich sofort. Und da ich das tue, könntet ihr ja... Ihr. Ihr. Das heißt auch du. Du, der da gerade so zufällig nur auf den Link geklickt hat. Ne, wenn du zufällig auf den Link geklickt hättest... Oh mein Gott. Welche Überleitung. Ähm. Ähm. Wärst du gar nicht mehr hier. Sondern wärst, ähm... Schon woanders. Wieder. Halsche Richtung. Die, 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 die. So, hier hoch. Ja, hier ist alles. Das hatte ich ja vorhin nochmal nach ausgeleuchtet. Weil mir aufgefallen ist, dass das viel zu dunkel ist. So, und jetzt sind wir hier. Genau. Nein. Monster. I am so Zombie Slayer, man. Slay. Slay down. And relax. Ähm. Ja, ich weiß, es war jetzt nur eins und... War total zu viel. Das ist... Wie komm ich denn jetzt hier wieder? Verdammte Scheiße. Ja, genau. Wir sind hier mitten im Wald und es ist mitten in der Nacht. Och, machen wir es einfach wieder. Hat doch schon mal so gut funktioniert, außen rum zu gehen. Warum nicht? Äh. Ja, ja. Weniger aufregen, mehr essen. Kleiner Zombie. Ja, 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 ja. Zombie. So. Ja, 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 ja. Ist die Frage, wo hier was ist. Auf jeden Fall steht der Mond auch relativ weit oben. Ich gehe jetzt gar nicht zu weit. Also, ich bleibe in Sichtweite des Wassers. Die Höhle muss im Grunde da drüben sein. Na, so gehen wir hier mal mitten durch. Ach, Zombies. Na, kommt doch einfach mit. Wir haben Platz für alle. So. Oh, ja. Das Lied rockt. Muss ich mal rausschmeißen. Ist das so? Also, obwohl ich diese Freesound Collection hier, die ich als Hintergrundmusik habe, sehr, sehr schätze und sehr gerne habe. Aber dieses Lied ist einfach mal so richtig scheiße. Ich weiß auch nicht, wieso. Könnte auch einfach nur das instantane Bedürfnis zu schunkeln sein, welches ich unterdrücken muss. Das ist so kurz vor. Er gehört zu mir. So scharf gesangt, weißt du. Also, wisst ihr. Hui. Ne Creeper. Ne Die. Ne Diele Creeper. So. Genau, weil da. Schau mal. Ich habe da was gesehen. Ich habe da was gesehen. Ich habe da was gesehen. Habt ihr es auch gesehen? Habt ihr es auch gesehen? Ich habe es gesehen. Da ist es nämlich. Hier haben wir uns eingebaut. Creeper. 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 So. Noch mehr Gunpowder. Das ist gut. Wir können dann irgendwann TNT bauen. Ich weiß zwar nicht, wofür wir es brauchen, aber wir könnten es bauen. So, jetzt gehen wir hier hinten lang, weil da vorne kommt nichts mehr. Da kommt dann nur dieses andere Kreuz, was ich da irgendwo mitten in die... Genau, da war ja noch die Schlucht. Die wollten wir auch erkunden. Und jetzt kürzen wir hier mal ab. Ja, ich weiß, ich könnte die Kühe jetzt hier alle slayen und so. Das wäre total toll, weil dann hätten wir wieder mehr Leder. Aber wir haben gerade schon relativ viel davon. Von daher passt es. Ich versuche einfach nur jetzt schnell irgendwie zu meiner Hood zu kommen. Weißt du? Ist meine Hood hier? Huttini! Ich glaube... Ne, doch. Hier bin ich... Ah, genau. Hier bin ich doch gefehlt beim Rüberspringen vorhin. Hier habe ich doch total gefehlt, weil dann landete ich daneben. War es nochmal woanders? Ah, so. Genau. Da habe ich irgendwann beschlossen, ich laufe in die andere Richtung. Da habe ich doch tatsächlich meine Hood wiedergefunden. Ui. So. Lecker Steak. Vor allem, wir haben jetzt mehr Essen dabei. Das heißt, ich kann mehr rennen. Vielleicht geht es dann schneller. Ach, du nervst mich hier. So, weg. Doofe Kuh. Ich gehe hier erst weg, wenn ich die Karte ausfindig kenne. Kann noch 50 Folgen dauern. Aber ihr habt es ja nicht so eilig, ne? Verdammt. Ne, also wirklich ernsthaft. Schreibt mal. Ah, hier ist das. Genau, hier ist das andere Kreuz. Das ist doch cool. Genau. Und dann ging es nämlich da rüber. Auch ganz viele Hangkühe und Bergkühe und so. Aber es ist schon ganz schön weit. Wahrscheinlich liegt das direkt nebeneinander. Ich müsste bloß in die andere Richtung mal laufen, wenn ich auf so eine Höhle rausfalle. Also, ich sollte mir mehr von diesen Kennzeichnungen da machen. Ich gehe mal hier so schräg durch. Da vorne ist viel Sand. Das sieht cool aus. Aber dann war das in der ersten Aufnahme, wo wir diesen Wald voller Wölfe hatten, ne? Oder, oder, oder? Ich glaube, das war in der allerersten Folge, wo wir dann gleich kapiert sind in der ersten Nacht. So ein Schmuh, ey. Das war echt ein Fail. Das war mein Fail der Woche. Mein persönlicher. Wenigstens habe ich mich dabei nicht mit einem, wie auch immer, gearteten. Genau, hier. Das hat man alles ausgeräumt. Diese Höhle hier. So. Ist doch gleich. Kommt doch gleich, oder? Verdammte Scheiße. Und schon wieder eier ich hier durch den Wald. Ist halt echt schwer abzuschätzen, wie lang das hier, äh, also wie weit das alles ist hier. Andere sind ja drin besser als ich. Zombie finde ich immer wieder interessant. Also, wenn der losrennt und dann rennt er fünf Meter und dann sagt er, was sie, hm, ne. Das hier war ich noch nicht. Und das kann er sagen, an, äh, also, beim relativ gleichmäßigen Textur. Und so, wo ich mir so denke, wo dran hat der das jetzt festgemacht, dass er hier noch nicht war. Also, weil die Texturen sehen alle gleich aus. Also, vor allem beeindruckt mich diese Fähigkeit, so eine Aussage treffen zu können. Ähm, wenn die Leute unterwegs sind in so Höhlen und so. Also, hier ist Trip-Mining-Wege, ne. Wenn sie die so entlang huschen, geht ja immer nur so, bink. Äh, verdammt. Ich kann das gar nicht. Bunk, bunk. Da wird ja nur gehüpft in einer Tour. Wie ist denn? Wie ist denn? Krass, konkret, wie ist denn? Ähm. Habe ich es jetzt schon zu sehr abgekürzt, dass ich dran vorbei bin? So, gehen wir mal hier nochmal hoch. Sicher, sicher. Nee. Nee, nee, der ist viel zu steil, der Hank. Irgendwann wurde es mir nämlich zu blöde hier und ich bin noch umgedreht. Und dann habe ich es gefunden. Muss ich jetzt wieder zehnmal im Kreis laufen? Knauf. Ich mag nicht. Ich sollte, wenn ich denn da jetzt, wenn ich das jetzt nochmal finde, muss ich da irgendwie so ein, ach, keine Ahnung, Cobblestone, was auch immer, Dorm, aus der Felswand herausbauen, der dann mir sagt, dass, ähm, der dann mir sagt, dass ich dann da bin oder so. Immerhin, wir haben es überlebt. Schon mehrere Nächte hier in diesem Wald und so. Also, Achievement, ne? Survived in the open woods. Dude. Jetzt ist es jetzt hier. Hm. Ja, das kommt mir alles so bekannt vor, aber mag auch daran liegen, dass ich das jetzt heute schon gelaufen bin von einer Stunde. Aber ist jetzt noch nicht so der Punkt erreicht, an dem ich sage, Mann, hier muss es doch sein. Hier muss es doch sein. Dafür muss ich wahrscheinlich noch zwei oder drei Runden hier machen. Okay, das war eine komplette Runde. Verdammte Scheiße. Wie seht ihr das? Ist das nicht eine verdammte Scheiße? So, jetzt gehen wir hier quer durch. Mir reicht's. Es muss doch hier verdammt noch eins irgendwo sein. So groß ist dieses fucking Fuck-Gebiet nicht. Verdammte Scheiße. So. Es wäre besser, mir jetzt nicht zu begegnen. Ich habe gerade Puls. Ja, guck nicht so blöde. Den Scheitel mit dem Schwert nachgezogen. Ha! Pah! Untertitelung des ZDF für funk, 2017